Herzlich Willkommen im Hotel BWDR. Mein Name ist Thomas Hayungs, ich bin seit drei Jahren hier Küchenchef und das sind meine beiden Mitstreiter. Ich bin Tim, bin der Souschef. Und ich bin der Felix, ich bin hier Chef Gartenmaché. Und zusammen zeigen wir euch jetzt, was wir hier so machen. Hier in meiner Küche koche ich zusammen mit acht Kollegen plus einem Lehrling. Wir kochen eine regionale Küche mit mediterranen Einflüssen, welche unsere Gäste auf unserer wunderschönen Sonnenterrasse oder auch in unseren tollen Restaurants mit Blick auf die Unterhengadiner Alpen genießen können. Wir gewinnen die Battle of Zack, weil Verlieren keine Option ist.